Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailer, heute am 15.09.2020. Ja, wieder etwas bisschen mit Logo und Überlogo. Wir schaffen das, dass wir abgeschafft werden. Und wer uns interessiert, gerne auf VK gucken, auf BitChute, die sich den Trailer bei WEDnews.tv aufrufen, den entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile einfügen. Ab damit und dann vielleicht, ja bis gleich. Tschüss.